Sie möchten mehr über Klimaschutz erfahren und wie Sie als Versorger davon profitieren können? Mein Name ist Jonas Letting. Mit unserem Angebot Klimafreundliche Stadtwerke helfen wir unseren Mitgliedern eine Treibhausgasbilanz zu erstellen und Minderungsstrategien zu entwickeln. Tun Sie Gutes und sprechen Sie darüber. Zusammen prüfen wir mögliche Maßnahmen und planen die optimale Kommunikation. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung einer Treibhausgasbilanz, entwerfen zusammen mit Ihnen eine individuelle Minderungsstrategie sowie ein Kommunikationskonzept, und setzen mit Ihnen die klimaneutrale Erstellung um. Diese kann auf Wunsch extern validiert werden. Lassen Sie uns darüber sprechen, gerne auch in einem kostenfreien Workshop. Ich freue mich auf Sie! Lassen Sie uns darüber sprechen, gerne auch in einem kostenfreien Workshop. Bleib